Betrieb und ich hoffe, ah sehr schnell, das letzte Mal hatten wir das Problem, dass es so unglaublich lange immer gedauert hat, um sich herunterzuladen. So, ich hoffe, das ist soweit flüssig im Stream. So, FNFL, damals Sturmgewehr, heute Ralf Stroll, hallo und willkommen im Stream. Damals, heutzutage allerdings eher als Battle Rifle bezeichnet, ein vollautomatisches Sturmgewehr damals. Und dann gucken wir mal, wir müssten hier einen indirekten Gasdrucklader mit Kippblockverschluss haben. Sehr gut, das hier müsste auch noch ein Rohr sein. Genau, hier haben wir den Kolben drin und hier vorne haben wir sogar ein verstellbares Gassystem, je nachdem welcher FNFL das ist. FNFL-Identifizierung ist bei mir immer ein bisschen schwierig. Das ist auf jeden Fall eine metrische FNFL, oder? Also, wir haben noch den runden Charging Handle mit Schließhilfe, oder ist das die Schließhilfe? Mit vertikalem Zerlegehebel. So, wo ist denn Zeitlupe? An den Magazinen kann man das immer relativ gut erkennen, nachladen. Denn man kann metrische FNFL-Magazine daran erkennen, dass die Nase anders aussieht. So, raus damit. Und rein damit. Und vorne die Nase. Ja, das ist eine metrische FNFL. Und zwar die metrischen Pfahls. Die haben hier vorne, da ist einfach nur so das Blech genommen, das ist nach außen geschlagen, das ist so eine kleine Pyramide. Bei Zöllschen FNFLs wäre das hier so ein größerer Block in einem eigenen Stück Metall, was mit dem Magazingehäuse verschweißt ist. Hier ist einfach nur so ein Stück von dem Blech nach außen geschlagen worden. Nein, wir müssen erst mal zu Ende nachladen. Ah, Ralf Storch, hatte ich schon begrüßt. So, jetzt ist das geladen. Jetzt blenden wir mal den Gehäuseleckel aus. Wer meine Tag-Off-Videos kennt, der weiß, das hier ist einfach nur so ein Deckel. Und da drin liegt jetzt der Verschluss. Blenden wir mal den Rest vom Gehäuse aus. So, das hier ist, ja, hab Semesterfrieren, also alles gut. Ja, Semesterfrieren sind immer gut. Ich hoffe, die Mathe-Prüfung ist gut gelaufen. So, wir haben hier den Verschlussträger, den können wir gleich auch mal ausblenden. Und hier im Verschlussträger liegt halt hier dieser große Verschlussblock. Mal gehen wir wieder zurück. Eine Besonderheit, das hatte ich auch in dem Tag-Off-Video schon mal erklärt, und das ist die FNFL-Version mit fester Schulterschlüssel, also die allerersten. Die haben die Verschlussfeder hier hinten im Schaft drin. Und hier an dem Verschlussträger ist so ein Stab dran. Dieser Stab drückt halt hier in diese Feder rein. Das sehen wir gleich, wenn wir das Ganze abfeuern. Ich gucke mal, ob wir animiertes Gas haben und blende den Lauf aus. So, sobald wir Feuer drücken, wird, wie bekannt, so, auf dieser Seite sieht man das. So, das hier ist unser Abzug, das ist der Abzug Stollen. Und wenn wir das gleich durchdrücken, wird halt diese Ebene hier gleich den Hammer freilassen. Okay, drücken wir mal Feuer. Aber kurz mal, der Schwarze am Anfang stirbt, ist wieder derjenige, genau. So, Mathe ist die, Mathe ist die einzige von sieben, die ich nachschreiben muss. Oh, ja, aber es ist schon mal die, gut, wenn das die einzige ist. Pseudonym, willkommen streamen, was geht? Es geht gerade FNFL. Ihr könnt, ich muss einen anderen Stift nehmen. Ihr könnt auch schon mal Modelle in den Chat schreiben, die ihr als nächstes sehen wollt. So, wir krümmen den Abzug durch. Und der Hammer dabei verlässt, das ist ein bisschen schwierig zu sehen, verlässt der Abzug Stollen hier. Ja, die Absturz-Ebene des Hammers. Und der Hammer wird von der Feder, die sich komischerweise hier auch in so einer Art Röhre befindet. Irgendwie hatten es die FNFL-Entwickler, so ein bisschen mit Röhren. Und zwar diese Feder hier ist in der Röhre, die Feder ist in der Röhre und auch die Harnfeder ist in der Röhre. So, der Hahn schlägt jetzt hier hinten drauf. Das ist eine Erweiterung des Verschlusses hier. So, hier sehen wir das. Hier ist der Zündstift. Der drückt jetzt das Zündhütchen ein. Und wir haben animiertes Gas. Sehr schön. So, die Ladung bricht, also der Schuss bricht. Und das Geschoss wird durch den Lauf getrieben. Wird gleich hier, genau, hier unten ist es, hier eine Laufbohrung passieren. Dann strömt Gas hier oben rein. Hier übrigens ein verstellbares Gassystem. Das verstellbare Gassystem hat damals für sehr viel Ärger gesorgt. Denn der Soldat konnte sich da selber einstellen, wie viel Gas er denn in der Waffe haben möchte. Normalerweise funktioniert das so. Du schießt die Waffe ab und guckst, ob das funktioniert. Dann schießt du die Waffe ab, guckst, ob das funktioniert. Irgendwann funktioniert die Waffe tadellos. Vorher kommt es zu Auszugsfehlern und sowas. Und dann machst du noch einen Klick mehr. Und dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite soweit. Allerdings, äh, viele Soldaten, besonders die israelischen Soldaten im Sechstagekrieg damals, haben das nicht wirklich gut verstanden und haben ihre FNFL-Gewehre entweder mit zu viel Gas eingestellt oder mit zu wenig Gas eingestellt. Und manche haben einfach gedacht, lol, einfach, äh, äh, wenn da irgendwie so eine 9 ist, einfach das Ding auf 9 stellen, das wird schon das Stärkste sein. Dann schießt die Waffe stärker, muss man wissen, lel. Und von da hat sich ab da an eigentlich die Erkenntnis durchgesetzt, dass man Waffen nicht mehr mit einem verstellbaren Gassystem ausliefert, weil die Soldaten das sowieso falsch einstellen. Obwohl heutzutage ist wieder Maschinenpistole Modell 58V. So, ähm, hatten wir das MG, MG4, ich glaube, MG34 hatten wir noch nie. MG. Obwohl heutzutage ist das wieder, ähm, also geht man da wieder einen anderen Weg. Und weil man heutzutage so oft Schalldämpfer verwendet, ähm, sind die meisten Sturmgewehre heutzutage, also wenn das ganz neue Sturmgewehre sind, die haben zwei Einstellungen, und zwar einmal, ähm, für, ähm, Schalldämpfer und einmal, äh, ohne Schalldämpfer. So, jetzt geht das Gas hier, upsala, jetzt geht das Gas hier rein. Hier wird es dann nochmal, hier, ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann. Hier ist so ein Ding, upsala, zurück. Hier ist so ein Ding, das kann man drehen und das hat verschiedene Löcher. Ich weiß nicht, wie gut das hier dargestellt ist. So, auf jeden Fall kommt dann Gas hier rein, wird hier durchgeleitet und wirkt dann hier auf den Gaskolben. Und jetzt muss ich wieder ein paar mehr Sachen einblenden, jetzt brauchen wir nämlich gleich wieder den Verschlussträger wieder zurück. Dann wird dieser Gaskolben hier bewegt, also angetrieben. Und der stößt dann den Verschlussträger an. Und zwar wird der nur angestoßen, nicht wie bei einer AK-47, der wird nicht über die ganze Länge mitgenommen. So, der wird angestoßen. So, jetzt müsste gleich Ende sein. Der stößt aber ganz schön lang, normalerweise stößt der nicht so weit. Ah ja, hier ist Ende, okay. Hier ist er dann mit dem Anstoßen fertig, das ist schon eine relativ große Strecke, die hatte ich ein bisschen kleiner in Erinnerung. Und dann wird hier der Verschlussträger nach hinten geboxt durch den Gaskolben. Aber gehen wir wieder zurück, um zu gucken, was der Gaskolben denn veranstaltet, denn das hier ist ja Verschlusstechnik. Upsala, jetzt habe ich irgendwas ganz komisches gedrückt. Und zwar befindet sich, das ist ein bisschen kompliziert, da muss ich auch ein bisschen mehr ausblenden. So, und zwar befindet sich in dem Verschlussträger hier sozusagen dieser Verschlusskopf. Und zwar ist das nicht wirklich ein Verschlusskopf, sondern das ist ja nochmal ein ganz langes Ding. Und dieses ganz lange Ding wird hier unten abgestützt. Und zwar genau hier, und zwar ist das ein sogenannter Kippblockverschluss. Und dieser Kippblockverschluss, die Abstützebene ist hier hinten. Und zwar nicht hier vorne mit irgendwelchen Verriegelungswarzen, sondern die ist wirklich da hinten. Und wenn halt der Verschlussträger, achso, jetzt müssen wir nochmal schießen. Wenn der Verschlussträger nach hinten geleitet, wird halt dieser Verschlusskopf hier oder eher unteres Verschlussteil hochgehoben. So, ihr seht, dass wie das hier hochgehoben wird. Hier ist es verriegelt, hier ist die Abstützebene. Jetzt wird es hochgehoben. Und jetzt wird es entriegelt. Und jetzt, wo es entriegelt ist, kann es nach hinten transportiert werden. Dabei wird, wie immer, die Patronenhülse ausgezogen. Hier von der Auszieherkralle. Übrigens gab es auch mit dieser Auszieherkralle Probleme. Und die Israelis haben dann später diese Auszieherkralle bei ihren Romats. Also der Romat ist sozusagen die israelische Version von der FNFL. Haben die das nochmal verstärkt? Maxim MP. Das Maxim MP kenne ich eigentlich. Moment. Maxim MP 1910 ist es. Moin Moin, Riffwolf. Willkommen im Stream. Frommer Stop. Frommer Stop. MP 64. Das ist auch diese chinesische Maschinenpistole, oder? Das ist auch diese dauerhaft schallgeimpfte chinesische Maschinenpistole, oder? Aber kommen wir wieder zurück. Jetzt wird die Patrone ausgezogen. Und dann gleich auch ausgeworfen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist der Auswerfer? Ich glaube, ist der Auswerfer im Verschlusskopf, oder ist der Auswerfer irgendwo... Ah, der Auswerfer ist am Gehäu... Ist das er hier? Ach, das ist dieser Dicke. Das hier ist der Auswerfer. So, nochmal wieder ein bisschen zurück. Und zwar wird die Patronenhülse hier gegen den Auswerfer gerammt und dann ausgeworfen. So, jetzt passiert aber mit dem Verschlusskopf nochmal was witziges, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, nochmal zurück. So, ausgeworfen. Jetzt geht der Verschlusskopf wieder nach... Also der Verschlussträger hier wieder nach vorne, umschließt den Verschlusskopf und führt den Verschlusskopf wieder nach vorne. So, wieder weg mit dem Ding. Dann holt sich dabei die nächste Patrone, führt die ins Patronenlager ein und die Patrone wird sozusagen hier so ein bisschen mauserartig, würde ich sagen, von unten in den Auswerfer hineingeschoben. Also der Auswerfer snappt nicht da drüber, sondern das wird hier hineingeschoben, so ein bisschen. Und hier hinten kann man das auch nochmal sehen, wie hier hinten diese Erweiterungsstange hier, hier hinten auf die Verschlussfeder... ...im Kolben drückt, das... Okay, jetzt sind wir wieder hier, wieder gehoben. Und wenn das Ding wieder vorne ankommt, dann wird das ganze Ding intern... Also hier sind intern Steuerkurven in, sozusagen in dem hohlen Verschlussträger drin. Und zwar kennen wir ja bereits einen Verschlussblock, wahrscheinlich von SCG44. Beim SCG44 ist das ja so, da ist der Kippblock, also der Kippblockverschluss, wird vom Verschlussträger, da sitzt der Verschlussträger ja sehr weit oben. Also das ist ja so eine Art Aufhocker, die sind ja sozusagen aufgebockt. Da ist der Verschlussträger über dem Verschluss und hebt ihn durch so eine Kralle hoch. Und genau durch diese Konstruktion wurde das SCG44 sehr, sehr hoch vom Design her. Hier beim FNFL ist das Prinzip gleich, allerdings ist das beides so teleskopartig ineinander drin. Ich kann gleich nochmal mit Röntgen und Längsschnitt versuchen, ob man es da nochmal ein bisschen besser sieht. Aber das Prinzip ist das gleiche wie beim SCG44, allerdings ein bisschen anders umgesetzt. Und zwar so, dass die FNFL sehr viel niedriger ausfällt. So, jetzt wird das Ganze, wenn das wieder ankommt, dann wird das wieder abgesenkt. Also der Verschlusskopf, also der untere Verschlussteil wird wieder in die Abstützebene hineingesenkt. Und dann geht alles wieder nach vorne und ist es zum nächsten Schuss wieder bereit. So, dann können wir das Ganze auch nochmal bei Vollautomatik ansehen. Und zwar müsste das, ja Feuerrate, und zwar ist das ja so, die original belgischen FNFLs, also die erste FNFL, FNFL, also die FNFL 50.00 und zwar die Fallversion, die haben immer so eine Nummer und zwar immer 50.00 war die erste und dann so 50.63 ist, glaube ich, die erste Fallschirmjäger-Version mit kleinerem Schaft. Ich kenne mich allerdings mit diesen ganzen FNFL-Modellen nicht so ganz so gut aus. So, wie wir alle wissen, für Vollautomatik bei zuschießenden, ne, bei aufschießenden Waffen benötigen wir einen Unterbrecher. Der ist, äh, machen wir das weg, der ist hier und zwar ist das hier der Unterbrecher. So, ja, so sieht man ihn ganz gut. Das hier ist der Unterbrecher. Nehmen wir mal den Ladehebel. Übrigens, der Ladehebel läuft beim Schuss nicht mit. Das bedeutet, der Ladehebel kann den Verschluss nur nach hinten transportieren und damit der Verschluss wieder nach vorne kommt, ist man auf die Verschlussfäder angewiesen. Übrigens ist das was, was den Amerikanern zum Beispiel gar nicht gut gefallen hat. Die wollten nämlich unbedingt einen Verschlussdrücker haben und die haben auch ins M16A1 nur deswegen einen Verschlussdrücker eingebaut, weil die in diesen Extremtests, die die mit FNFL, M14 und, ähm, was war denn noch dabei? Und AR10 durchgeführt haben, beziehungsweise das AR10 ist relativ spät gekommen, also die haben die großen Tests eigentlich eher mit M14 und FNFL durchgeführt. Da sind denen, ich meine in der Arktik, sind denen die Verschlüsse irgendwie hinten festgefroren und deswegen wollten die unbedingt einen Verschlussdrücker für die neue Waffe haben. So, äh, steht das, ähm, 43 jetzt auch auf der List, ja, habe ich gerade draufgeschrieben, ja, die chinesische, ah, sehr gut zu wissen. So, feuern wir mal durch. Das müsste jetzt so passieren, genau das muss ich ausblenden, dass das Ding hier, wenn wir gleich den Abzug durchdrücken, dann wird das hier die Abstützebene verlassen und auch außen, also auch draußen bleiben. Dann wird der Hahn immer nur noch von dem Unterbrecher hier an dieser Ebene gehalten, da wird er gleich einrasten und jedes Mal, wenn der Verschluss nach vorne kommt, wird dieses Ding hier nach unten gedrückt werden. So, schießen wir mal. So, erster Schuss bricht. Nach hinten, nach vorne, Verschluss wird abgesenkt und durch das Absenken wird sozusagen der Unterbrecher jedes Mal praktischerweise nach unten gedrückt. Das heißt, wir brauchen eigentlich keine Steuerkurve, wie die zum Beispiel bei der AK-47 benötigt wird, sondern das Ding muss einfach nur nach unten gedrückt werden. Übrigens, wie das einige wissen, einige Länder, die wollten dann den vollautomatischen Modus bei ihren FNFL-Gewehren nicht haben. Zum Beispiel, die Briten haben hier L1A1 standardmäßig ohne Dauerfeuermodus bekommen. So, und hier sieht man das die ganze Zeit, wie halt jedes Mal der Verschlussträger vom Kurzhubkolben jedes Mal angestupst wird und sich dann jedes Mal wieder absenkt. So, oh, jetzt wird ohne meinen Befehl noch einmal geschossen, aber gleich müssten wir wieder den Abzug loslassen und sobald wir den Abzug loslassen, wird das wieder vom Abzug stollen. Jetzt gucke ich mal alles, wie das mit Längsschnitt aussieht. Ja, oh, hier ist es ganz praktisch. Hier müsste man das noch mal so ein bisschen besser sehen. Und zwar dadurch, dass das alles so teleskopartig gestaltet ist innen drin, sind teilweise ein paar Sachen relativ schwierig zu finden. Zum Beispiel die Steuerkurven, die dafür sorgen, dass das Verschlussunterteil angehoben und abgesenkt wird. Aber ich meine, das dürfte man hier auch nicht sehr viel besser sehen können, oder? So, Verschluss bricht. Ja, man sieht die Kurven trotzdem nicht. Doch, so ein bisschen sieht man das. So, mach mal Stopp, Stopp. So, gehen wir wieder zurück. Und zwar ist das hier, also dieses Ding hier, ist die Steuerkurve zum Absenken. Und zwar diese Kurve hier drückt zwar die ganze Zeit also diese Schräge hier, drückt die ganze Zeit auf diese Schräge. Das macht aber nichts, weil der Verschluss ja sich nicht absenken kann. Erst wenn der Verschluss hier ankommt, dann kann er sich erst absenken. Und dann drückt diese Steuerkulisse sozusagen diese, also diese Schräge hier. So, jetzt kommt er an. Und jetzt drückt halt diese Schräge, diese Schräge nach unten. Und auch erst jetzt wird der Zündstift freigegeben. Ihr seht ja jetzt, dass der Zündstift nicht hinten aus dem Verschlusskopf rausguckt. Das passiert nämlich erst, wenn der Verschluss vorne ankommt. Erst dann guckt hier hinten der Zündstift aus dem Verschlusskopf heraus. So, das war jetzt nicht beabsichtigt. Magic Cube 13, moin. Ist das eine AK? Nein, das ist eine FNFL. Die AK funktioniert ein bisschen anders. Willkommen Stream, freut mich, dass du dabei bist. So, nächstes auf der Liste wäre dann 58V. Meinst du damit die Visa, die tschechische? Verlassen.